Und die Jugendlichen heutzutage, die wollen alle so Piercings und Tattoos und solche Shit machen, oder? Ich muss sagen, ich finde Frauen mit Tattoos geil. Das ist eine ganze Scheuer. Nein, ich finde es geil, ich finde es toll, wenn Frauen bereit sind, etwas zu tun, das sie später bereuen werden.